Ich rede mit dir! Zeig. Mama, ich gehe nicht auf dieses Scheiß-Iternat. Das wurde bereits so entschieden. Wie schön, den Kronprinzen wiederzusehen. Ganz meinerseits, Annette. Schön, Sie zu sehen. Wilhelm, ist ja ewig hier. August ist Familie. Du kannst August vertrauen. Wir haben uns doch gar nicht vorgestellt. Ich bin Wilhelm. Simon. Warum bist du so beschäftigt mit ihm? Du bist aus der riechsten Familie. Weil er ein echter Royal ist. Ich wollte gerade rausgehen. Willst du mitkommen? Wilhelm! Stehst du auf ihn? Was? Was redest du da? Ich wollte mich nur erkundigen, wie es mit deinem Schulgeld aussieht. Ich verstehe nicht. Nun, es wurde nicht bezahlt. Die Kontaktperson, die ich sonst habe, ist im Urlaub. Ich zahle dir das Doppelte, wenn du mir die Pillen besorgst. Wann kriege ich mein Geld? Ich will sofort mein Geld! Ich habe kein Geld mehr! Meine Familie ist pleite! Ich habe nichts mehr! Okay? Ich habe gesehen, wie er euch anschaut. Du magst ihn also? Just make a move on Wilhelm and show him what you want. Wilhelm! Wilhelm, könntest du bitte mal kurz mitkommen? Wilhelm, hier ist Mama. Eric ist tot. Aber jetzt wirst du mir auf den Thron folgen und irgendwann später einmal deine Kinder nach dir. Alter, es steht Kopf. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Was ich fühlen soll. Du bist gekommen. Kannst du bleiben, bis ich wieder einschlafe. Wie geht's dir? Schon besser. Ich weiß, dass du das Video hochgeladen hast. Also willst du offensichtlich irgendwas. Also was? So wie ihr zu sein. Also wir können immer noch dementieren, dass das wirklich du bist in diesem Video. Was, wenn ich mit ihm zusammen sein will? Du bist der Kronprinz. Ich will nicht dein Geheimnis sein. Du warst der Einzige, dem ich vertrauen konnte. Es nützt niemandem, wenn das bekannt wird. Er hat mein ganzes Leben zerstört. Ich beschütze damit dich. Ich liebe dich.